Peace! Was geht ab, meine Lieben, Freunde? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Für dieses Video fällt ein Stream aus. Das heißt schon was, weil normalerweise ist Streaming... ...gleich auf mit Videos. Deshalb macht diese komplette Anmoderation keinen Sinn. Was geht ab? Also, wir haben heute Folgen vor, wir sehen hier diesen wunderschönen Kreis. Es ist mehr ein Ei, weil irgendjemand wohl keinen Zirkel benutzt hat. Ah! Aber trotzdem haben wir diesen wunderschönen Kreis hier. Und ich hab's schon bei sehr vielen Leuten gesehen und das ging über mehrere Stunden. Wir möchten eine kleine Sitzweltmeisterschaft machen. Einfach, wer am längsten ist, in diesem Kreis aushält. Im Endeffekt ist es diesmal nur so, dass es eigentlich, weil wenn es jetzt um Geld gehen würde, wissen wir beide, wir sitzen hier wirklich vier Tage. Wir würden hier vier Tage sitzen. Es geht ja aber um was viel, viel Wichtigeres und zwar um die Verlängerung von Tobis Arbeitsvertrag. Das weiß er noch gar nicht. Aber das macht kack... Also, guck mal, wenn du jetzt gewinnst... Ja. Was dann? Dann wirst du gekündigt. Achso, also bin ich quasi hier derjenige, der gewinnen muss? Ne, ne, ich gewinn ja auch mehr Geld, wenn du gekündigt bist. Guter Mann. Das ist kein guter Team. Ich würde sagen, meine Freunde, Julius hat einfach Sachen vorbereitet. Wir wissen beide nicht, was er vorhat mit uns. Wir setzen uns hier in diesen Kreis rein und chillen einfach ein bisschen. Und der Gewinner, es geht hier um die komplette Ehre und... Nein, warte, stopp. Um Liebe. Es geht um was viel Besseres. Um Liebe. Es geht um das beste Zimmer in der Villa auf Madeira in zwei Wochen. Oh, Baby! Ich wollte nicht einschlagen, bitte. Alles klar, setz dich hin. Let's go. Warum kriegst du die Seite? Weil die chillig ist. Boah, das ist schwierig. Der Geld hast du jetzt schon hier, Alter. Du musst ein bisschen näher ran. Warum? Weil du da draußen bist mit deinem Arzt so ein bisschen näher ran. Tut mir leid. Du musst ein bisschen nahe kommen, ne? Wir sind übrigens alle jeden Tag negativ auf Corona getestet, also macht euch keine Sorge. Wir arbeiten auch zusammen und basically wohnen tot ist fast schon bei mir. Also eigentlich... Ja, Julius, das ist Arbeit, was du machst. Normale Menschen würden sagen, das ist Freizeit, aber was du machst, ist Arbeit. Nein, machen wir gar nicht. Was soll das? Ich fang... Also, Junge, aua, das ist unfair. Schlagen ist verboten. Schlagen darf er nicht. Eigentlich macht ihr schon richtig, weil... Also es geht heute bei euch darum, wer zuerst den Kreis verletzt hat. Kann ich hier nicht einfach rausschubsen? Nein, das ist ja verboten. Das darf man... Das ist ja verboten. Nicht spannen. Ich höre auf. Ah! Ah! Was? Oh, okay. Hallo, Körperverletzung. Darf man das? Ja, ne? Aber nicht verletziert. Körperverletz... Ich geh gleich raus. Stopp, okay. Ja! Hör auf, du darfst es nicht. Erste Aufgabe. Stoker. Was machst du? Hör auf zu beißen, Alter. Warum machst du die auf? Hör auf zu beißen. Was klingt das denn? Die sitzt doch so... Die einfach nur ab. Warum? Ah, nein, weiß ich, was ich vergessen habe. Was? Nichts habe ich vergessen. Au rei. Was einmal im Kreis ist, darf nicht mehr raus. Das heißt, der Hund bleibt auch jetzt die ganze Zeit drin. Was? Was ist das denn für eine Regelung? Das ist so, wenn man rausgeht, ist man verloren. Au! Ich habe den... Ihr habt beide Durst, ne? Trink das mal beide komplett leer, bitte. Mh, lecker. Herr Karni, wenn du rausgehst, hast du verloren. Erster, kriege ich irgendwas? Ne. Ja, Pipi musst du ganz eher machen als ich. Wenn du mich nass machst, hau ich dir eine rein. Okay. Guck mal, wir können es jetzt hier zu der schönsten Zeit unseres Lebens machen. Wird es nicht. Wir sitzen im Kreis in meinem Keller. Kannst du auch nicht mehr sitzen? Du willst doch Tobi bestimmt ein bisschen nerven, oder? Digga, bist du ekelhaft. Oh, das ist aber nerven. Das ist aber nerven. Warum ist das so reise? Das ist ja ein guter Joker. Junge. Julius. Der hüpft sich die ganze Zeit ab. Oh, ich muss auch ein Knoppenbuch vorlesen. Akarni. Tobi, kannst du... Das darf er nicht. Man darf alles. Bis auf Forstschutz. Ich bin traurig. Wenn ihr wollt, dass ich mich rech an Revi, dann like das jetzt. Oder lasst einen Kommentar zumindest da. Oh. Stopp. Mann. Wie nervt dich das hier alles? Ey. Ey. Hallo. Oh, das war unfair. Das war unfair. Okay. Ja, das... Nicht, was... Loser. Ey. Willst du einer von euch hier das vorlesen, aber mit Schreien bitte, nicht normal? Gleich ist es wieder so weit. Das Schwert poliert. Der royale Mante lieber geworfen. Und die blitzende Krone sitzt stolz auf den Kopf. Das Volk weiß, jeden Augenblick trifft... Was ist das denn? Jeden Augenblick trifft sein König auf. Sie jubeln, sie schreien. Der Hype ist bis ins Marsch spürbar. Die lebende Legende bereitet sich vor, auf dem Schloss heraus die jauchte Menge zu begrüßen. Zehntausende Menschen. Lass das Knossi-Buch. Ich hasse das Knossi-Buch. Alter. Darf ich es mal haben? Ja, gerne. Ich habe High Ground. Dein Hänge. Fert das wieder? Aua. Au. Du hast mich... Alter, ich bin so nass. So. Warum geht das los? Wir haben gewusst, mich nicht nerven. Oh, Baby. Du bist so schön. Ich bin Lissabon. Lissabon. Ich bin Lissabon. Yeah. Hype, hype. Oh, das ist zu eng. Ich schriebe um die Beine. Ganz kurz. Ach so. Was? Warum? Weil kleiner. Warum? Weil es jetzt schöner hat. Ich mache mein Schuhband auf. Ne, ist ja voll fair. Ist ja richtig fair auch. Ah. Oh, da ruf. Oh, da ruf. Das ist süß. Ich höre auf. Ich höre auf. Du schießt nicht. Ich höre auf. Ich lege die Sch***schülte weg. Okay. Okay, bewege dich. Hey, mach nichts. Ich schieße. Ich schieße. Ich habe mich auch. Nicht in die Eier. Ich habe mich. Das tut weh. Ich mache mir die ganzen Eier nass. Das tut wirklich weh. Das tut nicht weh. Das tut richtig weh. Ich habe gesagt, das tut nicht weh. Ah. Nicht in die Eier. Man, Akani, du nervst, Junge. Tobi. Mann, nimm dir das weg. Hast du Hunger? Ja. Hast du Hunger, ne? Ja. Schau mal. Oh, Pide. Kann man das sehen? Alter. Nimmst du ein Stück? Ja. Akani ab. Kannst du mal deinen Arm ausstrecken? Akani ab. Nein. Okay, wir machen neue Regeln. Mann. Man darf sich ab jetzt auch keine Sachen mehr nehmen, die außerhalb vom Kreis sind. Ach, hast du eine super Regel. Dann leg doch gleich. Ja, super. Hast du auch Hunger? Habt ihr Hunger? Ja, ne? Sieht schon gut aus, ja. Nicht. Nee. Ah. Ey, Julius. Was? Der beißt die ganze Zeit. Ja, das. Verlass den Kreis. Ich werde ihn nicht mehr. Verlass den Kreis. 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 Ah. Verlass den Kreis. 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 Du, ich bin Geld. Ich frage euch das Geld an, das gehört euch. Das sind 5 Euro, das ist nichts. Das sind 5 Euro gratis. 5 Euro ist schon eine Menge. Ich komme nicht aus dem Kreis raus, egal was du sagst. Kannst du einfach den Kreis verlassen? Verlass den Kreis. Verlass den Kreis. Nein. Kannst du mir ein Bayrate geben? Verlass den Kreis. Ich spiele jetzt Bayrate. Da ist ein Hund gerade reingehoben. Oh. 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 Wenn das im Video anders ist, dann bin ich der Wahregewinner. Verlass den Kreis. Ich will den Kreis. Verlass 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 den Kreis, wenn du jetzt mit dem Bayrate hier aufmachst, dann hau ich dir in das Geist. Au. Ja. Guck mal, wer von euch jetzt Akani als erstes zum Bayrate bringt. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Ja. Ich weiß ich nicht. Was ist das für eine Sch***stelle? Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Das wollte ich gar nicht. Yo, warte einfach. Ja, das will ja nichts sagen. So schlecht, Mann. Was soll ich tun? Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. 130 kmh. Ich hab's nicht mehr. 130 kmh. Das schnapp ich alles selber. Blauchen, 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 rote Kreise, blauchen, blauchen, blauchen. Das ist ja nicht erlaubt. Ihr habt ja beide schon ein angefeuchtetes Gesicht, ne? Ja. Habt ihr Bock, euch die gegenseitig drauf zu machen? Ach ja, also dazu sag ich jetzt nicht nein. Eure Ausgabe ist es immer noch dafür zu sorgen, dass der andere den Kreis verlässt. Okay, aber man muss ja auch, man kann ja auch zusammenspielen mal ein bisschen, oder? Ich wollte vergessen, dass Kameras... Was ist das denn? Das ist doch nicht die Maske. Das ist doch nicht die Maske. Das ist die Maske. Das ist wirklich die Maske. Nein, die klebt. Boah, das riecht so giftig, das riecht so, ne, keine Markeninnung, aber das riecht wirklich scheiße. Das wird's meiner Haut wegätzen. Boah. Bleib still! Boah, ist das eklig. Boah. Boah, deine Hände kleben danach, geluse. Boah, das riecht mir gar nicht vor...deine gleich auch. Mhm. Hallo! Ich will nicht mehr, es ist gut. Nein, das ist doch nicht alles leer. Boah, Digga, wie du es da raus machst. Och man, das klebt so ekelhaft. Nicht über den... Was ist das denn? Halt doch mal still jetzt! Boah, das riecht ja bis hier. Ich hab's im Mund. Oh, ja. Ich steh extra drauf nicht essen. Oh, scheiße, Bro. Ich hab... Och, Junge. Ist drauf... Ist drauf... Wich... Du Scheiße. Hör auf. Ich lege mal in den Griff. Digga. Nichts. Alter, das ist ordentlich. Oh, das ist nicht unnötig. Du hast meine Klamotten auch voll gemacht. Nicht aufs T-Shirt. Wohin dann? Alter, es war ins Auge. Oh, ich hab's im Auge. Es brennt, es brennt, es brennt. Es klebt. Ach, ich will. Mein ganzer Arm klebt, du Schwanz. Du Musa. Mein ganzer Arm klebt. Weißt du das bei mir klebt? Was? Mein Mund, du Arm. Boah, das ist egal. Wollte dich nochmal auf ein Bein stellen? Vielleicht? Nö. Ja, mach das trotzdem mal, ne? Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab ich... Mach mich auch sauber. Mach mich auch sauber. Der macht das komplett leer. Okay, ich mach sauber. Nö, wenn du mit mir aufmachst. Mach weg jetzt. Ja, warten. Ja, setz euch mal wieder hin. Ah, rausgegriffen, rausgegriffen. Er hat rausgegriffen. Hast du echt? Er hat rausgegriffen. Was hast du gewonnen? Du hast rausgegriffen. Ich hab gewonnen. Der hat das Thema genommen. Ich hab gewonnen. Was hast du gewonnen? Ich hab gewonnen. Verlass den Kreis. Verlass den Kreis. Verlass den Kreis. Verlass den Kreis. Ich hab gewonnen. So wie Ceyronen. Äh, gewonnen. Meine Haut pellt sich davon. Aha. Das ist ja auch fürs Gesicht und nicht für die Haut. Hä? Du hast verloren. Das heißt, du musst in Madeira im Drecksloch schlafen. Ne, darum ging's nicht. Du weißt nur wo du schläfst, Kollege. Schläfst. Leute, das war's für dieses wunderschönen Video. Schaut gerne bei Tobi und Julius auf Instagram vorbei. Nein. Arbeitgeber Nummer 1 in der Region. Ja. Ciao. Tobi, wie war die Maske? Unnötig, Alter. Die ist überall. Boah. Danke. Danke. Das ist richtig. Danke. Danke. Danke.